Hallo liebe Leute. Herzlich willkommen hier zurück bei Rainbow Six. Heute dabei als Gast der Darkstyle. Pürten. Ich will pürten. Ja, mal gucken ob das für uns möglich ist oder für dich möglich ist. Den Raum zerbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrholt-Behälter schützen. Zeit für einen wirklichen Schatz. Das wird schon möglich sein. Ich will einfach nur perchnen. Ich mag den Orm nicht. Habe ich das schon gesagt? Ja. Bereite Willkommen. Der Gegner hat er. Wandbefestigung beendet. Gerät wurde aktiviert. HVS ist platziert Reiterzeit. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Die Crash beginnt. Ich wurde gespottet. Wo? Zugangssperre angebracht. Sollte überkommen. Ich lad nach und brauche Deckung. Geht irgendjemand nach oben? Ja, einer ist oben. Der Bandit. Alles klar. Ich bin da. Ja. Ich bin da. Nein. Für Cams. Back inside. Nice. Und er hat gleich geliebt. Nicht so geil. Abstairs. Das ist irgendwo eine Drohne drin. Granate? Okay, gut. Von vorne kommt, Thermite. Letzter verbleibende Gegner. Ich kann ja leider nichts sagen. Die Kameras sind alle unnützer. Ja, der sitzt da vorne. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. 發 로 sichern, eingestellt. Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Trupp. Schön. Äh, ja. Erste Runde gewonnen. Zwei gepurcht. Äh, 0-0-0. Bester Ping hier, ne? Bester Mann, Bester Ping. Ach ne, Gegner. Ach, die drei Millisekunden, die machen doch den Kohl nicht fett. Die entscheiden kleinseitig über Sieg oder Niederlage. Tot oder nicht tot? Das ist hier die Frage. Ich hab immer ne gute Ping und verliere so oft, also von daher. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Sicher. Sehr schön. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Der Samba uns glücklich macht. So sieht's aus. Wie geht's denn nochmal weiter? Noch fünf Sekunden. Ich hab keine Ahnung. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Ah, ich lass euch mal vorlaufen. Ich hab keine Ahnung. Oh, Mann. Oh, Mann. kanse. Oh. Vorüber見ensel 내일. Das ist siegerät. Ah shoots. Lade mal auf ihn! Aktivieren ohne Two inside Fair much, need help Thanks Oh 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 Oh, verdammt! Letzter verbleibender Gegner Einer vom eigenen Druck verbleibt Hm, 1 on 1 Den Bio-Gefahrgut beelden und sichern Uuuuch! Auuuch! Ja, da hat er aber gewonnen Oh, da hat er aber alle Zeit der Welt Ja Letz Wie war das? Wir müssen jetzt zweimal gewinnen und dann haben wir gewonnen? Mhm Kriegen wir hin Mhm, ich hoffe Ach klar, ey! Positiv sehen! Mhm Mhm Ach komm, hier jetzt kein Re... Danke Mit der Pampe Als Mute Voll Ey, die Mute-Pampe ist gar nicht schlecht Den Raum zerbarrikadieren Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen A4-1 Plattformen Allein der Beratierten Weiter Ich verstärke die Wand Stöße 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 Schiff A4-1 2 1 2 1 3 2 5 5 Die Gegner konnten den Bio-Gefahrgut-Behälter nicht finden HVS, platziert und einsatzbereit Hast du deine Rüstung? Nein Eine liegt noch im Raum Ja Zugang gesichert Stößender einsatzbereit Stößender einsatzbereit Oh, down Thatcher inside Fertschall geradeaus da durch Auf der Seite Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt Sie haben ihre Versuche Die Gegner haben den Bio gefahren Die Gegner sichern den Behälter Mission gescheitert Eigener Operator gefallen Hat der Hat der jetzt ein Ace geholt? Keine Ahnung Ne, hat er nicht Ah, guck mal Kadum Raged Was, wie, was Raged Ja, nur am Flame Ah, sind sie immer Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren Ich purge ihn gleich Ich purge ihn gleich Oben Ach, schade Zehn Sekunden Bis zum Einsatz Ja, genau Reingehört Noch fünf Sekunden Standort des Bio-Gefahrgutbehälters unbekannt Angriffserlaubnis erteilt Standort des Bio-Gefahrgutbehälter Ihr habt den Bio-Gefahrgutbehälter gefunden Weiter zu seiner Position Oh, wie hat denn er mich getroffen? Er Opening Uh,二 Inhalpe Aus Aus trazer Er Er hopefully Das Da oben sind noch mehr. Ah damn! Ich hab den ja null getroffen! Die Perch ging nach hinten los. Naja, beim nächsten Mal dann. Tschüüüü!